Kommt hinter uns, ich seh ihn. Oh! Das ist mein Video. Oh lol! Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich persönlich bin gerade mega im Umzugsstress. Wer immer auf Instagram folgt, der weiß das. Wer es nicht macht, unten einen Link in der Videobeschreibung, wie immer. Auf jeden Fall habe ich trotzdem heute was für euch. Und heute, ihr seht hier, wie man einfach die komplette Ruhe bewahrt in der Endzone. Und das Ganze safe runterspielt. Das Equip ist natürlich komplett OP. Ich will aber nicht zu viel spoilern. Wenn es euch am Ende gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder abonniert den Kanal, um nichts mehr in dieser Atemweise zu verpassen. Würde ich mich unglaublich freuen. Morgen kommt dann wieder was ganz Besonderes. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, Twitter, Instagram, als auch mal Livestream, Twitch-Link unten in der Videobeschreibung. Let's go! Welche Häusern nimmst du? Ich nehme die oberen beiden. Wo nimmst du die oberen beiden? Ja, ich nehme die unteren dann, das ist gut. Okay, passt. Du warst bei uns? Nicht, ne? Ja, doch neben uns ist in der Hand. Ja, das sind schon 200-300 Meter schon. Äh, okay, das war ich. Hier waren 10 Gegner. Die hab ich alle mit einem Schuss umgebracht gerade. War vollkommen bewusst. Das ist jetzt kein Fahrzeug, wo ich glaube. Wir sterben dich, wir sterben dich, wir sterben. Shit, Herr Fies. Ja, das Hemd, was du an hast, das ist wie viel wert? Hm? Das Hemd, was du an hast, ist wie viel wert jetzt? Die, die Jacke? Ja. Das ist die wertvolle. Das ist so ne Port Jacke, ne? 70 Euro, ja. Loil, Alter. Alles, was ich an habe, ist das ganze wertvolle Zeug. Ist sie hässlich. Die ist hässlich, ja. Aber sie ist was wert. Äh, 100, 200 Meter, 150 zu dem Dreh. Um auf dem Berg. Ja, braucht man nicht, braucht man nicht. Ich leffe Macchiato. Oh, ja. Alles gut, ich bin hier der Rich, der kann ich nicht mehr treffen. Ja, die Optik wird groß. Ich finde es cool ist, dass es geändert haben. Und wir es wahrscheinlich ändern mussten. Finde ich einfach cool. Oh, gut geparkt, mein Lieber. Ich weiß. Nach oben. Okay, mach ich. Warst du hier schon, ja, ne? Ja, ne, geht unter mich nicht gut. Ich bin einfach nur am besten. Alles gut, alles gut, mach ich. Ich gehe nur nach oben, ich loote die anderen Häuser. Auto? Aus östlicher Richtung. Ich geh erst. Ich weiß, das Haus direkt vor, wo ich drauf gucke. Ja. Einer mindestens, den anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Geht ihr aufgegangen? Ja. Aber nach hinten raus, ne? Ne, vorne raus. Safe. Wenn der reinkommt, wenn ich sage, der kommt rein, dann gehst du ganz schnell in die Toilette und guckst nur für die Person da raus. Okay, für die Toilette. Langsam, langsam. Schleichen. Okay, der ist unten. Der ist unten, der ist unten. Bleib einfach da. Der ist außen. Diener, der ist nicht bei mir. Alles gut. Okay, warte, warte, warte. Hier. Ja, der eine ist noch auf der Treppe, Treppe. Genau. Kommst du zu mir? Okay, Zone ist gegen uns, aber wir bleiben erstmal hier drin. Ja. Du guckst nicht da raus, du guckst bitte hier raus. Hier ist viel, viel wichtiger übers Feld, weil da ist außerhalb der Zone, oder können die jetzt herkommen. Da hinten, da kommt ein Auto, bei 150 übers Feld. Zu uns direkt? Ja, zu uns, aufs Haus zu. Ich sehe es gerade leider nicht. Da und, an der Mauer. Wir hätten mit Schallye feiern müssen. Der hat aber, glaube ich, vorbei. Ja. Da ist er, genau vor uns. Aber ich treffe auf die Distanz, da brauche ich mich drauf. Ich will den gar nicht. Ist schon weg. Motorrad? Buggy. 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 Die haben uns wahrscheinlich gesehen. Mhm. Die sind nicht auf uns, die Schüsse. Mhm. Der hat auf jeden Fall einen Gilly, der Typ da unten. Oh, und das ist die M4 und so. Schön. Soll ich mal eine Nade rausschmeißen? Nein. Die sind nicht an der Mauer. Der kann da zu leicht rumwandern. Ich gehe jetzt da raus. Wir müssen raus. Mhm. Was geht's? Hier bei mir hinter Baum. Hinter Baum. Wie komme ich da aus dem Fenster raus? Hat ein Gilly. Ich weiß. Ich komme aber gar nicht aus dem Fenster raus. Ich lach runter. Halt. Ich muss jetzt direkt. Ich muss jetzt direkt mir den Gilly holen und einen neuen Helm. Geh du in die Sicherheit bitte. Ich komme dir gleich danach. Geh jetzt hier zum Haus rüber, zu der Mauer. Alles gut. Mach du dann. Ich bin aus dem Fenster nicht rausgekommen. Sorry. Bin unterwegs. Ich brauche einen Schalli für die Dings hast du. Für die M24, ne? Sehr gerne. Bitteschön. Danke. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir in eurem Leben machen könnten, ne? Anfangen zu chillen. Der Gilly. Fuck. Ich habe den Gilly vergessen. Aber den habe ich jetzt. Die M24. Anscheinend. Ja, es ist auch Latte. Fuck. Dein Schalli, ne? Ja. Scheiße. Egal. Das ist jetzt halt so. Ich habe jetzt noch zwei Koffer und den Gilly. Ja, aber man könnte ihn theoretisch noch holen. Ah, nee. Ich habe nur noch zwei Koffer. Das ist... Ich kann auch rein. Nein, nein. Das lohnt sich nicht. Komm. Lass uns jetzt da drauf. Lass uns da drauf. Alles klar. Lass uns über links gehen. Da sind welche. Da vorne waren Schüsse mit der Scarlet. Äh, von wo? Hier so auf 200 ungefähr. Südwesten waren auf jeden Fall Schüsse. Da ist noch jemand gestorben. Hier unten quasi. Nicht direkt hinter mir. Keine Schlange bilden, ne? Nebeneinander. Okay. Und vorsichtig. Taste dich ran. Da unten ist jemand am Baum. Ey, reicht's von mir, reicht's von mir. Vor mir, vor mir. Genau, vor dir am Baum. Vor dir am Baum. Vor dir am Baum. Mach eine Nate. Mach eine Nate. Werf eine Nate. Werf eine Nate. Werf eine Nate. Direkt vor dir am Baum. Ah, ich seh ihn. Der ist ausgenockt. Ist ausgenockt. Lauf zu... Hinter dir. Laut, der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Lauf zu mir. Schnell wiederbleiben. Okay, 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 okay. Hinter mir schnell. Schnell, schnell, schnell. Direkt loslaufen, ne? Links war auch noch hier mit einem Berghang. Ja. 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 Ich hab ihn. Von links kommt halt noch jemand definitiv. Ja, wir gehen aber über rechts. Da unten. Hast du dir an? Oh, da ist auch noch einer. Ja, den wollen wir aber nicht. Weiter, 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 weiter. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich hasse sowas. Ja, in den nächsten Baum, und links von uns ist das Baum, steht auch noch einer. Ich seh ihn. Er läuft, kommt hinter uns, ich seh ihn. Dann gönn ihn dir. Der aint, glaub ich, grad auf dich. Der hat auf mich geimpft. Ich seh ihn. Der kommt aber von der... Ah. Das war nicht der. Ich weiß. Aber er ist auch beteiligt an einer der ganzen Scheiße. Der da hinten. Der Baum genau vor dir. Da war er. Und sonst läuft er nachher. Fertig jetzt den Schalli, ne? Mhm. Aber, weißt du was? Äh, ich brauch die ganze Kacke jetzt nicht mehr. Auch wenn die M24 mir ja sehr viel bedeutet. Aber es ist jetzt die schlechteste, weil ich machen kann. Genau wie die Pfanne. Genau wie ich einfach nur die Waffe nehmen sollte. Und genau wie die Pistole weg sollte. Fertig. Da unten, da unten. Hast du gesehen? Wo? Vor dir, vor dir, vor dir an dem Baum. Bei 210 ungefähr. Darf. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Alles gut. Das ist der mit der SKS. Glaube ich zumindest, das ist der SKS noch. Alles fein. Gerade ist einfach nur wichtig, dass ich mir keinen Stress mache. Mhm. Schön. Na, vor dir kommt der Glauben. Ja. Ja. Da sind sie, die letzten beiden. Nice. BOMM, Junge. Zwei Spiele, zwei Dinner. Nice. Wenn ich jetzt nicht gestorben wäre, wäre es noch schöner gewesen. Aber egal, wir haben es geschafft. Zwei Spiele, zwei Dinner. Das nennt man Effizienz, Leute. So, liebe Freunde, das war es mit dem Video für heute. Vergesst auf jeden Fall nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Das kostet euch keine Mühe und ihr könnt mich damit extrem unterstützen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es sowieso nicht schon gemacht habt. Mein Twitch-Stream-Link unten in der Videobeschreibung. Instagram und Twitter, wo ich momentan sehr, sehr aktiv bin und meinen Umzug so ein bisschen quasi recorde. Und ihr mitverfolgen könnt von der neuen Gaming-Wohnung. Könnt ihr natürlich alles unten in der Videobeschreibung nachlesen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Haut rein. Euer Newstime. Äh, Super Buddy. Entschuldigung. Das war, äh, ein Klassiker. Das war, äh, ein Klassiker.